Ja, und dann spielen wir direkt wieder weiter. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das direkt aneinander schneide oder so. Aber mal gucken. Wahrscheinlich werde ich auch, wenn ich noch schöne Texturen sehe oder sowas, neue Texturen einfügen. Ja, die Papierteile sehen überhaupt nicht schön aus. Ich glaube, die sahen im Original super besser aus. Und die Bälle, naja. Für die Leute, die das wissen, die Bälle da, die ich da eingefügt habe, das sind Cano-Polo-Bälle. Ein ganz kleiner Sport, aber ich spiele den Halt. Und, äh, ja. Scheiße. Ja, so war, muss ich runter. Äh. Ja, ich spiele den Halt und ich habe versucht, die einfügen zu fliegen. Ich wollte das eigentlich so machen, dass die extra eben da unten an der Seite die vier kleinen, scheiße, die vier kleinen Kugeln, äh, so aussehen. Aber das hat scheinbar nicht geklappt. Also nehme ich das das nächste Mal wieder raus. Wenn ich es hinkriege. Wenn. Das wird schon wenn nicht mehr. Und ich gucke mal, was ich dann auch sonst noch da rein mache. Juhu, Papier. Okay, ja, das Papier sieht überhaupt nicht schön aus. Und Stein. Ich habe übrigens auch gesehen, dass man die Sounds verändern kann. Das war auch noch eine Idee. Am Ende ist nur die Hälfte hier von Original. Ja. Super, jetzt habe ich die Umschalttaste gedrückt. Ja. Ich glaube, man sollte aber vielleicht mit das Papier teilnehmen. Ja, na klar. Top. Ah, na klar. Ah, na klar. Scheiße. Ähm, ja. Passiert. Ah ja. Was zumindest schön ist, dass man, wenn man etwas nicht geschafft hat, die Extraleben noch da sind. Das kann natürlich nur ein Fehler gewesen sein, von den, von Atari hier. Aber. Ah, ich will mich nicht beklagen. Kommt schon um die Ecke. Fein. Ah, ich will mich nicht beklagen. Diese Kamerasteuerung Und ich muss mich gerade kratzen Und hopp Komm, das reicht mir Weiter geht's Wieder ein Stein Ja, okay, ich muss jetzt mal umkehren Ja, das Spiel wird eigentlich nur mit Vier Falltasten gesteuert Und das war's auch schon Hier komm ich nicht mehr weiter Hier bin ich drüber gefahren Mist Egal Was erwartet mich hier? Eine Spirale Ha, Spirale Ende So Ich glaube hier war mein Schwung Und jede Menge Punkte Komm, 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 komm Egal, die interessieren mich gerade nicht Und es geht weiter Weiter, 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 weiter Weiter, 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 weiter Äh Okay, das hier sieht jetzt nicht mehr so einfach aus Komm schon Auch mit Die Ah ja, und die Leertaste spielt man noch Für die Weitsicht Die ich nicht besitze Und weiter Ach, wieso kommt man hier nicht hoch Okay Ähm Ich versuch mal einen davon mitzunehmen Geht doch Und weglaufen Und das nächste Level geschafft Ja, super Das Headset kratzt Das Headset kratzt Ja, super Schön 3600 Punkte Der Doof Ist an zweiter Stelle Ja, damit bedanke ich mich Und, äh Wir sehen uns Wahrscheinlich Gleich Oder Morgen Oder Nächste Woche wieder Wir sehen uns